so du sexy hexi jetzt habe ich bock auf dich so auf geht's wo ist meine laden ich kann noch ziehen ist das denn so aufziehen ist das ja dann musst du mich jetzt wieso denn ich du hast du hast das krumm gezogen akad steuern ne wieder das ist noch ein aufzug auto ja das gibt sich an achievement zwar zu viel müssen doch den ring wahrscheinlich so oder ja magic castle ihr habt doch erstmal boden durch gebrochen ach so wir müssen da gar nicht lang oder was nein ja Ja, warte, ich hab's gleich. Ok, von drüben. Konzentrier dich doch mal. Da musst du liegen, glaube ich. Ja. Ich hätte wahrscheinlich auch gleich runterfallen. Oh, ich kann mich nicht halten. Was? Man, no fun. Hä, wir helfen uns. Man, no fun. Warte, warte, warte. Ich glaube hier. Achso, du musst was machen. Uh oh. Nein. Scheisse. Ja, du blöd Mann. Nein, oh Gott. Nein, oh Gott. Achso, lol, ich häng noch dran. Ah ja. Ok, jetzt nicht mehr. Oh Gott, sagen. Die Scheiße. Oh, jetzt. Oh shit. Ja, das müssen wir. So, also. Hopp. Nein. Oh, nein. 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 Fuck. Das ist immer so schwierig, ich weiss nicht ob du triffst oder nicht. Jetzt geht's rüber. Ja, geht's erst rüber. Ja, jetzt. Nein. Mann. Nein. Ok, bist du bereit? Ja. Stark, Buddy. Stark. Ok, bist du ready? Ja. Ok, los. Easy game. Ja. Sowas von einfach. Moin Selviko. Moin Selviko. Hallo. Rein ins Radloch. Sag mal, sind das deine Sackhaare? Ja. Haha. 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 Oh, was liegt hier? Reissverschluss. Ups. Haha. Müssen wir jetzt? Nein. Ich mach erstmal hier die Nägel rein. Hey. Haha. 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 Oh, das dreht sich ja. Oh. Ah. Nein. Doch. Nein. Ah. Ich hab's fast geschafft. In einem Zug. Ja. Oh. 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 Schöner schwierig, hm? Also da bin ich easy durchgekommen. Nee. Ich hab's noch eins. Oh, scheiß. Ich hab gehofft sich fertig nachher. Oh, na. Oh. Oh, hi. Hi. Hiya. Nein. Ich dachte ich könnte jetzt so easy durch. Oh nein. Hiya. 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 Ja, ist das halt auch easy. du stellst dich nur ziemlich doof an ja das ist so einfach mal hier du musst da hoch ratte ratte ratten habe ich nicht also also Das war der Richtige, also warte jetzt, Ratte glaube ich, ja Ratte, und dann Pferd, äh Schaf, Ratte. Schwein! Nein! Nein! Gut, dass wir immer zum Ende kommen und dann noch mal sterben müssen. Also Ratte, Ratte! Ratte, jetzt. Nachher Pferd. Pferd. Ratte. Ja, Schwein. Pferd. Ratte! Irgendwas! Nein! Ich wusste gar nicht. Was ist das, ein Bär? Ja, Bär. Also, jetzt. Ja, dann kann er ja drauf. Pfff! Entschuldigung. Gut, dass wir fast... Voll die Spielzeit am Strecken hier. Ja. 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 Pferd. Okay, ich brauche Frosch. Ja, Frosch... Äh, Hund. Löwe. Äh, Schaf. Pferd. Pferd. Ey, Kloroller. Dankeschön für 36 Monate. Willkommen zurück. Äh, Hund. Pferd. 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 Ich bin schon zu blöd zum... Ich bin selber noch nicht oben. Doppelsprung. Nein, ich sage, ich bin zu blöd zum... Auf 1 hoch... Oh! Wohin? Da hoch. Wo geht das? No cheating. 12. 12. Hä, was? Achso, wir müssen... 7 plus 1. Nein, 3. Hä? 2 und 4, oder? Ja. So. Äh... 6 und 5. Ja. 6 Klässler. 3 und 2. Oh Gott, Memory. Was? 7? Oh shit. Ich habe gar nicht geschaut. Ja, 7 Versuche wahrscheinlich. Orange. Nein! Nein! Warte, warte. Äh... Hier? Hier, du hattest eine Orange. Ja, hier. Aubergine? Ich bin sicher hier. Nee. Hier? Nee. Hallo. Da ist die Birne. Da ist die Birne. Oberschiene, oder? Strawberry? Ja, jetzt wissen wir nicht, was... Ah. Ja, komm! Easy Game. Oh, nee. Oh, nee. Oh, I can do that. Ähm, du fährst, glaube, oder? Nee. Du fährst. Ah, ich muss hoch runter. Ja, du musst hoch runter und ich muss links. Also. Runter. Runter. Warte, hoch. Runter. 10. Hoch. Was machst du? Ja. Ja, du... Was machst du denn? Los. Hä, dich. Was anders. Runter. Du fährst ja... Du machst immer zu spät. Hoch. Runter. Okay. Fahr doch du mal zuerst, what the fuck. Was machst du denn? 10. 10. Hoch. Ja. Runter. Du musst halt auch mal fahren. Alter, was machst du? Wieso ich? Runter. Fahr doch du mal zuerst, what the fuck. Ich hab nur rechts und links. Runter. Ja, also. Ich check's nicht. Runter. Hoch, hoch, hoch. Okay. Runter. Runter. Links. Rechts. Ja, du, what the fuck, man. Hoch. Hoch. Ich mach ja. Aber ich darf ja nicht zu fest, sonst... 19. Wo bist du denn? Wo ist die 20? Hier, runter. Runter, runter. Hoch. Rechts. Ich check's nicht. Rechts. Runter. Runter. Ja, mach. Runter. Runter. Das ist einfach Wahnsinn, wie ein Rätsel nach dem anderen kommt. Ist doch super. Ja. Ja, ja. Aber wie viele Ideen das man da haben muss? Ach, don't tell me we have to play with every toy Rose has. Labyrinth games. Oh, those are fun. Why are you so excited? Oh, I still love them as a child. Well, I've never seen you play them with Rose. Of course I have. Huh? She beats me every time. Looks like it's interested in some cheese. Ah, das... Das ist... Doch das mit dem, äh... Ja, hier drüben müssen wir die Kugel rollen. Ah, wir fangen dort an. Wir müssen jetzt mit dem Gewicht, oder? Ja. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das ist super. Wahrscheinlich wie ich gestern. Ah, jetzt geht's. Achtung. Hoch, hoch, hoch. Hör hoch! Nein! Hä? Hm. Wischend so, oder? Oh, okay. Erstmal an der Ecke bleiben hier. Ja, das sollte eigentlich jetzt easy sein, oder? Naja... Wir sind momentan nicht so gut, äh... ...veredlich. Ach, komm. Unsere Ehe ist, äh... ...stark am Strangeln. Es war doch easy. Easy! Easy! Ja! Kommt runter! Oh nein! Ich glaube, einer sollte einfach in der Mitte bleiben, oder? Das ist die Mitte, glaube ich. Lass dich mal machen. Nein! Hast du so schön hast schon angefangen. Okay... Hahahaha! Nach Kinderspiele. Ich glaube, das ist das Coolste am Elternsein... ...die Spiele von den Kindern zu spielen. Ja, schon. Oh, what the fuck? Okay... Ich habe gar nichts gedrückt, aber... Die eine Stelle ist echt nicht so einfach. Ja, eigentlich müsstest du nur ganz schnell rüber, oder? Jetzt ganz hoch und jetzt ganz schnell rechts. Und dann einfach bleiben. Jetzt... Ja. Und jetzt... ...kannst du ja auch springen, weißt du? Das... Ich glaube, noch ein bisschen runter. Ja. Klar. Easy. Jetzt? Achso. Ewww. Ja, das geht um Geschwindigkeit, ne? Äh, okay. So, wir müssen beide springen. Oh shit, nein. Zu fett. Ich bin ja auch super bekannter für meine Jump'n'Run-Skills. Die Kamera schaut manchmal ein bisschen langsam. Okay. Okay. Eeeeeh 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 Es wird's nicht ganz so Ganz stark und schick da festhalten Achso Und jetzt? Ah hier Ich glaub wir haben's geschafft oder? Ja Profis Hol mein Finger Ah Furz kriegst Das hat nicht gereicht Mal hier halt's noch eins Ja War wir doch sehr schier oder? Nee Ich glaub wir müssen erst nach oben und dann der andere muss dann da rüber Ja warte Oh schick So und du musst dich denn da runter fallen lassen auf das andere Ja aber wieso? Ja ja damit ich da hochkomme und dann das andere rankommen Jetzt musst du ja aufs Furz kriegst Ja ja Nee du musst da rauf springen Auf das Genau auf das Aber dann fährt das muss ja nicht hoch Doch ich muss mich da an Ja ich muss mich dann da anhängen Ja oder du Keine Ahnung Ja aber jetzt musst du eh noch nicht oder? Hm du musst jetzt wieder auf das erste Achso der bewegt sich nur dann Ah Jetzt hab ich's Nein Ich kann immer zu früh springen Nein Ach Gott ey Du wieder fährst Achso Jetzt hab ich's auch kapiert Ja Und jetzt kannst du nochmal Ah jetzt muss ich eigentlich aufs Ja aufs grüne nochmal Also grün Ja So jetzt musst du auf das andere dann? Ja Muss man jetzt Los 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 Ich glaub das ist zu langsam Nein Das war ich dicke Mhm Genau Ja wenn du da nicht hinguckst zum Anhängen Kann ich ja nichts dafür Ach Quatsch Ich will die Scheidung Ich will die Scheidung Ich will die Scheidung Rück schon mal Äh zu länger Jetzt Jetzt reicht Was ist das denn? Okay Raut Da hier schon noch was Was hat jetzt das gemacht? Ah die Farbe hat's geändert oder? Also Na hier kann ich noch Kann ich noch rutschen Ui Oh shit So jetzt ist hier was gemacht Wär das Minispiele? Ja immer so ein Millimeterfeld Nein Mann Hey Cody Grab die andere Nja Nja Ah Die simpler Tage Es ist nett zu haben Limitationen Ja Aber was über die Kreativität Und alles Huh? Es kann nicht viel machen Mit zwei Knöpfen Du wärst überrascht Du musst einfach lernen Was du hast Um etwas groß zu machen Ein Schiff Aber nett Tolles Schiff Richtiges Wünsch Tolles Schiff Da ist irgendwo ein Minispiele hier Ja Ja Keine Ahnung was was ich Okay Okay Watch out me I used to be real good at this I used to be real good at this You know how to bat a ball Ha 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 Not as well as I do Home run All righty Almost Almost Next Next Big fly No props Face it No That's right Yeah Das ist ein Tolles Spiel Da sehe ich mich Ha 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 Wo wart es früher? Bitte? Früher ohne Gameboy war es so Yeah 22,14 Easy Sie Na wie gibt's ja noch was Oh süß Bootkäpple Awww What's up Piggy? Ah Ah m Ah Huuu Ah Huuu Susan Es Stone cold Finde jetzt ein bisschen übertrieben Huuu Just play alone Oh Ah hier komm Ich werde dem Fall einen Zahn erwischt. Uh oh. Nein! Nee. Scheiße. Bath 3. Oh, das erinnert mich, wie hieß das Spiel früher, wo wir Action hängen, Leute. Das muss man auch jetzt auf. Fidget Spinner, Baby! Ja, unbedingt. Ja, Hubschrauben oder was? Ja, fliegen wahrscheinlich. Ja. Ja. Hier ist ein Ventil. Ach so, müssen wir wieder die Ventile schliessen. Oh. Das Spiel ist richtig gut. Ja, schon. Wo ist denn der Grüne? Ja. 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 Ja, den hast du schon. Hä? Ja. 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 Ja, Violett ist ja sowas von Grün. WTF. Ich war halt auch schon da, aber ich dachte, du hast ihn schon benutzt. Ja, ja, ja. Ja, da war einer Farbenblende. Ja. 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 Ich bin ein professioneller Fidget Spinner. Nein! Nein! Oh! Ein richtiger Spinner kommt. Nein! Doch! Ich habe das letzte Test nicht erwischt. Ich habe das letzte Test nicht erwischt. Du hast nicht gewonnen und lebend... Du bist immer in Ordnung, weil du auch in Ordnung der Brü Objekte hast du, deine Brüste und dir, die Verwertung, weil du sehr, sehr gut coastig den잖아요. wenn du das Haus benötigst, dann gehe ich also in Ordnung verbunden. Ich bin der Rest als Arschild. Und ich bin der Rest als Arschild. Vielen Dank.